Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du ein Bewerbungsschreiben für ein Unternehmen von JetGPT erstellen lässt. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du es siehst, befinde ich mich in der Arbeitsoberfläche von JetGPT. Was du hier genau alles findest, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was ein Bewerbungsschreiben erstellen mit JetGPT eigentlich bedeutet. Das Bewerbungsschreiben ist eines der wichtigsten Elemente bei einer Bewerbung in einem Unternehmen. Hierzu sind die Formulierungen, die man tätigt, sehr ausschlaggebend über deine Person. Möchte man hier nun Unterstützung erhalten, kann man JetGPT nutzen. Achte allerdings hierbei darauf, dass das JetGPT dir liefert, soll lediglich als Vorlage dienen, welche du im Anschluss in deinen Worten noch einmal anpasst. Einerseits kann JetGPT Fehler machen und andererseits schreibt JetGPT nicht in deinem Stil. Passe diese Bewerbung also auf jeden Fall an. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, habe ich mir hier einen Befehl vorbereitet. Und zwar schreib mir eine gute Bewerbung für den Job als Buchhalterin bei der Firma Mustermann GmbH. Ich habe mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung mit der Software BMD und konnte alle Aufgaben gut lösen. Die Stellenausschreibung habe ich auf der Webseite des Unternehmens gefunden. Was habe ich hier nun alles reingeschrieben? Fangen wir oben an und zwar schreib mir eine gute Bewerbung. Hier weiß JetGPT nun, es handelt sich um ein Bewerbungsschreiben für den Job, also für welchen Job als Buchhalterin und für welche Firma für der Firma Mustermann GmbH. Ich habe mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung. Soviel zum Einleitungstext. Im nächsten Teil deines Befehls solltest du JetGPT mehr über deine Erfahrungen mitteilen. Das heißt, schreibe hier rein, was du kannst, mit welchen Programmen und welche Aufgaben du schon gemeistert hast und so weiter. Je mehr Informationen du hier über dich und deine Erfahrungen preisgibst, desto besser kann JetGPT das Bewerbungsschreiben schreiben. In meinem Fall für die Musterbewerbung habe ich hier geschrieben, ich habe mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung mit der Software BMD. Das heißt, er weiß nun, ich habe mehrere Jahre Erfahrung schon und wichtig, im Bereich der Buchhaltung. Im nächsten Teil sage ich JetGPT, dass ich bereits mit der Software BMD vertraut bin und alle Aufgaben gut lösen konnte, welches mir das Unternehmen gestellt hat. Das ist eine wichtige Information. Im letzten Teil meines Befehls teile ich JetGPT nun noch mit, wo ich die Stellenausschreibung des Unternehmens gefunden habe. Das ist auch ein sehr wichtiger Part. Schicke ich nun diesen Befehl ab, so wird mir JetGPT eine tolle Bewerbung schreiben. Auch hier noch einmal der Hinweis, dies soll lediglich als Vorlage für dein finales Bewerbungsschreiben sein. Ändere dies in deinen Worten ab. Das Ergebnis ist nun, sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich auf ihrer Webseite die Ausschreibung für die Position als Buchhalterin bei der Mustermann GmbH entdeckt und bewerbe mich hiermit um diese vielversprechende Stelle. Gefällt dir diese Vorlage nun nicht, welche JetGPT dir hier geliefert hat, so kannst du hier unten mit diesem Pfeil noch einmal neu generieren lassen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein JetGPT-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den JetGPT-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema JetGPT. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Merkzetteln und Übungen, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein JetGPT-Einsteigerkurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.